Hallo Leute, ich möchte euch ein paar Top- und Flop-Produkte vorstellen. Und es geht nicht nur um Kosmetik, das nur vorneweg. Am besten fange ich gleich mal an. Es sind nämlich ein paar Produkte geworden. Es sind einfach Produkte, die ich in der letzten Zeit gekauft habe und zu denen ich mal etwas sagen wollte. Und schon fällt mir ein, dass ich was vergessen habe. Einen Moment. Tut mir übrigens leid, dass ich gerade hier so überbelichtet bin auf der Seite. Aber ich kann es gerade nicht ändern. Die Sonne ist halt da. Ja, und zwar, mein erstes Top-Produkt ist hier von Essence, der Studio Nails, Better Than Cherry Nails, Top Seedler. Aber in der neueren Variante, der High Closs. Ja, es ist eigentlich ein Top-Produkt, weil es ist nicht anders als der andere Top-Seeler. Und den finde ich ja schon genial. Ich habe mir den ja gekauft und ja, hier steht halt High Closs. Und ich dachte, dann ist das vielleicht doch noch ein anderes Finish. Es glänzt mehr, aber ich kann euch sagen, es gibt keinen Unterschied. Also ich habe auch schon andere Leute gefragt und die haben auch keinen Unterschied bemerkt. Es ist genauso glossy, glänzend. Es trocknet schnell, hält lange. Die Konsistenz ist gleich. Pinsel ist gleich. Nur das Design ist ein bisschen anders. Und ich glaube, der Preis ist auch gleich. Von daher ist es egal, was man kauft. Ja. Wenn ihr zu irgendeinem Produkt jetzt, was ich so gerade vorstelle, eine andere Meinung habt, dann würde es mich natürlich sehr interessieren und die anderen sicherlich auch. Also schreibt das doch bitte in die Kommentare. Dann habe ich hier leider ein Flop-Produkt von Catrice, der Lidschatten I Like To Move It. Ja, ich habe euch ja schon erzählt, dass der ein bisschen kaputt ist. Das ist auch gar nicht das Problem daran. Das Problem ist einfach der Lidschatten an sich. Ich kriege den nicht aufs Auge. Ihr seht vielleicht, wie ich da schon drin rumgewurstelt habe und gekratzt mit meinem Pinsel alles. Also ich dachte erst beim Swatchen, oh ja, der ist ja doch gut pigmentiert. Der glitzert so schön, movig. Aber ja, ich kriege den nicht aufs Auge. Ich habe den mit einem normalen Lidschattenpinsel versucht aufzutragen. Und dann musste ich Schichten, tausend Schichten waren das fast. Na klar. Und ja, dann habe ich den Pinsel nass gemacht. Ich habe ihn immer noch nicht aufs Auge bekommen. Und mir ist das ganze Glitzer und der starke Schimmer auch noch runtergefallen. Ja, das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. In einem Video, ich glaube bei der NUT Make-Up 1, wird den auch benutzt. Aber sie hat da drunter diesen Creme-Lidschatten von Catrice gegeben. Movistar. Also vielleicht sind die beiden nur in Verbindung gut. Und dass der Lidschatten einzeln gar nicht so dolle ist. Ja, das ist leider ein Flop. Bin ich auch sehr traurig drum. Weil ich bin sonst immer sehr zufrieden mit den Catrice-Lidschatten. Aber ein toller Lidschatten ist von Luma. Dieser Bordeaux Weinrot-Beeren-Ton. Der heißt Smooth Intensity. Und ich swatch euch den mal. Ich mache vielleicht noch einen besseren Swatch in meiner Fotobox. Mal schauen. Also die Farbabgabe ist wirklich sehr, sehr hoch. Er hat einen leichten Schimmer. Das sieht auch sehr schön aus. Ähm, ja. Man muss halt aufpassen, wer der Lidschatten wirklich sehr gut pigmentiert. Ihr habt es ja vielleicht auch in meinem Get Ready With Me Video gesehen. Da habe ich echt Probleme also, den noch auszublenden in der Lidsfalte. Also der ist sehr, sehr hoch pigmentiert. Und sehr toll für den Herbst. Den Preis finde ich dann auch völlig in Ordnung. Ich glaube, der kostet 4,99 Euro. Ja. Dann ein tolles Produkt ist von Zueva. Dieser Pinsel hier. Ihr habt ja gesehen, dass ich mir ein paar Pinsel bestellt habe. Aber mein Liebling davon ist der Zueva Blush Porsch. Die 128. Das ist ein abgeschrägter Rouge-Pinsel. Und ich hatte bisher keinen abgeschrägten Rouge. Ja, und das hier war mein Rouge-Pinsel bis jetzt. Das ist so ein runder von Rebecca Flöter aus dem Shop. Und es hat doch einen deutlicher Unterschied. Ich wollte den dann einfach mal ausprobieren. Und der ist wirklich, ich finde, besser. Ich kann das damit einfach besser platzieren als mit diesem kleinen Pinsel. Den nehme ich natürlich trotzdem immer noch. Zwei sind besser als nur ein Rouge-Pinsel. Ja, so trage ich das dann jetzt immer so auf hier. Davor war das immer ein bisschen doof. Dann, keine Ahnung, musste ich, äh, ja, eine, dann musste ich mehr hin und her. Und, ja, der war auch ein bisschen kleiner halt. Von daher ist das ein sehr toller Pinsel von Zueva. Dann habe ich noch zwei Top und Flops. Also, es handelt sich dabei jetzt aber um, wie ich spiele. Genau. Und zwar habe ich mir Cookie Mama 2 gekauft. Habe ich mir bei Amazon gekauft für 16 Euro. Gebraucht. Weil Mimi und ich, ähm, wollten schon länger halt gegeneinander spielen. Und hier steht drauf, dass es ein Multiplayer-Modus gibt. Ja, das ist ja auch toll. Dann dachten wir, hey, das ist ja super. Dann können wir endlich mal gegeneinander kochen. Ja, Pustekuchen. Es gibt zwar, ähm, irgendwie, da steht bei Cooking, wie heißt denn, Cooking Competition oder irgendeine Funktion ist da drin, da soll es den Multiplayer geben. Da steht in der Anleitung, ähm, entweder kann man das gegen acht virtuelle Freunde spielen, die schon im Spiel integriert sind, solche Figuren. Oder man kann das halt jemanden gegen einen Freund spielen. Ja, und Mimi hat sich mit ihrem, ähm, Wii-Controller angemeldet, aber er taucht da einfach nicht auf. Also ich kann nur diese komischen Figuren auswählen, die da schon im Spiel integriert sind und gegen die spielen. Aber nicht gegen den zweiten Controller. Ja, und ich weiß auch nicht, was da los ist. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Oder vielleicht wisst ihr ja, wie ich da den zweiten Controller reinkriegen kann. Ja. Aber ein sehr tolles Spiel ist das hier. Bulli, die Ehrenrunde. Scholarship Edition für die Wii. Das gibt's auch für die Playstation 2 und ich glaube auch für die Xbox. Auf jeden Fall, ähm, dazu möchte ich sagen, ist es ab 15. Also, wenn ihr noch keine 15 Jahre alt seid, möchte ich euch nicht dazu verleiten, diese Spiele zu kaufen. Ja. Das ist wie GTA, nur in der Schule. Ähm, ist auch von den selben Entwicklern, also von Rockstar Games. Von daher sieht man diese Parallelen von GTA zu diesem Spiel hier deutlich. Ähm, man ist halt in der Schule. Man spielt einen Charakter namens Jimmy Hopkins. Ja. Und der ist auf einem komischen Internat, wo sehr viele Schlägertypen sind. Also, ich weiß nicht, ob... Ich würde irgendwie so sagen, es ist ein Internat für Leute, die schwer zu erziehen sind. So, irgendwie kann man das, glaube ich, betiteln. Zumindest sind da sehr viele Gewaltbereiche. Ähm. Man kann auch die Fächer durchspielen, also Mathe, Bio, Erdkunde, Englisch, Musik und Sport. Das ist auch, ähm, sehr interessant. Da gibt es coole Spiele für, in den Fächern. Und, ja, dann kann man halt Missionen erledigen, wie in GTA. Man kann später in die Stadt. Und das macht wirklich sehr viel Spaß. Ich spiele das eigentlich fast jeden Tag, zurzeit. Ich hatte das vor zwei Jahren schon mal durchgespielt, aber jetzt nochmal neu angefangen. Es ist wirklich sehr anstrengend auf der W. Also, ich mache da immer auch richtig Sport und habe danach Moskekater. Also, das ist jetzt mal eine Empfehlung von mir. Ich dachte, ich kann dir mal was anderes zeigen, als immer nur Koschmetik. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht in die Kommentare schreibt, was eure derzeitigen Top-Produkte sind oder auch Flops. Also, dann können wir uns ja immer gegenseitig warnen, welches Produkt jetzt vielleicht nicht so toll ist. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr das irgendwie schreibt. Dann kann man sich ja das Geld sparen und muss sich das Produkt nicht unbedingt kaufen. Okay, da mich jetzt die Sonne deutlich blendet mittlerweile, höre ich jetzt auf mit dem Video. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!